Ein Rollstuhlfahrer rettet seinen Hund vor dem Ertrinken. Rottweiler Cassius liegt am Pool. Beim Aufstehen rutscht er ins Wasser und gerät in Panik. Herrchen Darren Thomas will sich gerade rasieren, als er aus dem Garten ein lautes Jaulen hört. Sofort fährt der querschnittsgelähmte Mann mit seinem Rollstuhl nach draußen, entdeckt den Hund am Beckenrand. Verzweifelt strampelt er. Der 40-Jährige versucht, den Hund rauszuziehen. Doch das Tier ist zu schwer. Doch in seiner Not hat der Rollstuhlfahrer eine Idee. Geduldig führt der Geschäftsführer einer Sicherheitsfirma seinen vierbeinigen Freund um das Schwimmbecken herum zur Treppe, damit er alleine rausklettern kann. Mehrere Minuten dauert die Rettung. Das ist noch einmal gut gegangen. Das ist noch einmal gut gegangen. Wir gehen zurück. Euer erter besteht darin. Das ist noch einmal gut gegangen.